Beim Abschlusstraining der Maskenmann, Robert Lewandowski ist auch dabei. Zumindest von hier oben sieht das Ganze so aus. Der Ball kommt von Ton, die Gegner kommt von ihm, genau. Okay. Wir haben uns alle schon 2006 hier gesehen, da war es auch schon super. Aber jetzt haben wir das Scheißding hier endlich und haben den vierten Stern. Danke Jungs, danke für die Unterstützung. Danke. 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 Das war's für heute.